Es ist Segen und Flucht zugleich. Diese Aussage wird dann gerne benutzt, wenn man zeigen will, in welche unterschiedliche Richtung etwas gehen kann. Man sagt zum Beispiel, dass das Internet sowohl Segen als auch Flucht sein kann, je nachdem, wie man damit umgeht oder das benutzt. Und das kennen wir doch in unserem Leben. Wenn Internet vernünftig benutzt wird, kann es zum Genuss werden oder zu einer Last werden. Auf diese Weise scheint Segen und Flucht gar nicht so weit auseinanderzulegen. Dann wiederum gibt es Menschen, insbesondere im christlichen Kontext, die in allem Guten das Segen Gottes sehen. Und das ist gut so. Aber in allem, was herausfordernd, schwierig oder schmerzhaft ist, bedeutet für sie wie ein Fluch. Auf den Gemeindekontext bezogen kann man beobachten, dass wohl in jedem Gottesdienst vom Segen der Rede ist, aber in sehr wenig über den Fluch gesprochen wird. Dabei erwähnt die Bibel den Fluch fast genauso häufig wie den Segen. Segen und Fluch treten dabei wie zwei äußerste Gegensätze auf, zwischen denen sich das Leben eines Menschen einfach in der Mitte abspielt. Außerdem bedeutet einige Bibelstellen an, dass Segen und Fluch nicht etwas ist, was ungefragt über uns einfach kommt, sondern dass wir eine Wahl haben, so zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 30 Vers 19. Heute stelle ich euch vor der Wahl. Zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch, der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Dazu später mehr über die Wahlmöglichkeit und wie wir wählen können. Aber erst mal spreche ich allgemein über Segen und Fluch. Insbesondere in christlichen Kreisen werde ich oft gefragt, was ist deine Meinung zu diesem Thema? Kannst du etwas dazu sagen oder schreiben? Oh, liebe Freunde, das Thema ist wirklich nicht einfach. Und ich möchte keinen unnötigen Schaden anrichten. Und trotzdem habe ich mich entschieden, zu versuchen, das Thema aus meiner Sicht zu beleuchten. Aber vorweg möchte ich ein paar weit verbreitende Meinungen zu diesem Thema uns präsentieren. Einige sagen, dass das Thema nicht relevant ist. Denn durch Christus werden wir erneut gesegnet und leben unter dem Schutz Gottes. Nichts mehr kann mir etwas anhaben. Ich bin völlig frei. Wenn ich nur richtig glaube, dann strömt das Segen Gottes in meinem Leben. Das bedeutet, es kommt nur, wie ich glauben soll. Es gibt auch andere Meinungen. Andere halten dagegen. Wenn wir durch Christus nur im Segen leben, wieso fühle ich mich alles andere als das? Wieso gibt es bestimmte Themen, die mich ständig begleiten und ich kann sie nicht einfach loswerden, sie quälen mich? Ich liebe doch Christus. Ich lebe doch mit ihm. Aber ich erlebe nicht die völlige Freiheit, wie die Menschen erzählen. Es fühlt sich so ein wie ein Fluch. Und selbst auch anhaltende Therapien haben keine anhaltende Wirkung gebracht in meinem Leben. Wieso? Wiederum, andere meinen, dass beides zum Leben einfach dazugehört. Ich muss, damit mich nur einfach anfreunden, dass wohl Segen als Fluch in meinem Leben nebeneinander existieren, deshalb ist da einfach nichts zu machen. Also komplette Resignation und sich aufgeben, ich kann nichts machen, ich bin ausgeliefert. Wenn ich solche Aussagen hören oder darüber nachdenke, werden Fragen wie die Folgen in mir geweckt. Ich frage mich, was ist das überhaupt? Kommt es wirklich auf die Größe meines Glaubens oder auf die Größe meines Gottes an? Ist es wirklich nur von mir abhängig, was in meinem Leben geschieht? Oder habe ich eine Verbindung zum Allmächtigen Gott, der auch die Gnade hat, auch mir Hilfe zukommen zu lassen? Oder ist alles, was uns an negativen Dingen widerfährt, immer ein Fluch? Ach, wirklich? Liebe Freunde, wir leben in gefallenen Schöpfung. Ist das wirklich jede Krankheit, jede Not im Leben ein Fluch? Automatisch? Dazu später mehr. Oder ist jeder Schicksalsschlag, den ein Mensch erlebt, gleich ein Fluch? Wie schrecklich wäre das? Egal, was wir da fährt, sofort bin ich im Fluch. Oder wenn es wirklich so wäre, was dann? Sind wir wirklich hilflos ausgeliefert? Oder gibt es einen Weg, den ich gehen kann, um zur Lösung zu kommen? Na klar gibt es eine Lösung. Ich habe nicht für alles eine Antwort, wie gut. Aber ich kenne jemanden, der eine Antwort hat für uns. Für jede Lebenssituation hat er eine Antwort oder eine Lösung. Jesus Christus, unser Erlöser. Und ich möchte damit beginnen, dass wir den Begriff des Segens erläutern oder uns gemeinsam anschauen. Der Segensbegriff. In Bezug auf unser Wohlbefinden hat das Segen eine große Auswirkung. Das erklärt auch, warum Segen als Synonym für Glück bzw. glücklich sei verwendet wird. So gehört das Segen zu den biblischen Begriffen, die auch den Weg in unsere Alltagsabsprache gefunden haben. Viele andere biblische Ausdrücke finden im Alter kaum Platz. Aber Segen schon. Von dem Begriff jedoch, wie wir benutzen, verliert einige im Laufe der Jahre komplett eine Bedeutung. Auch der Segen verblasst immer mehr. Was bedeutet wirklich Segen in unserem Leben? Das möchte ich nochmal genauer anschauen. Beispielsweise sprechen wir vom Kindersegen. Wenn Menschen Eltern geworden sind, kommen sie in die Gemeinde, in die Kirche und die Kinder werden gesegnet. Das nennt man Kindersegen. Oder wenn wir dankbar für eine bestimmte Person sind, sagen wir, dass er oder sie ein wahrer Segen für mich war. Oder auch anders. Und als dritte wäre das der Begriff abgesegnet. Zum Beispiel nennen wir gerne, wenn der Arbeitgeber, der Chef, irgendetwas abgesegnet hat oder genehmigt hat, wurde gesagt, er hat abgehackt, er hat das abgesegnet. Im Neuen Testament sprechen Begriffe im Gebrauch des Segens, dem im Alten Testament auch ist. Das griechische Wort für segnen, eulogien, bedeutet einfach Gutes oder von der oder anderer Person einfach gut über die Menschen zu reden. Segen heißt es, gut zu sprechen, positive Worte auszudrücken. In biblischer Erwähnung geschieht der Segensakt in der Gegenwart Gottes, das heißt, der Gesegnete wird Gott anbefolgen. Wir bringen den Gesegneten von Angesicht Gottes und sprechen Segen aus. Zum Beispiel im Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 34, kommt der Simeon und segnete das Kind und auch die Mutter. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Hier sehen wir, dass Simeon Jesus gesegnet hat als Baby und spricht prophetisch über sein Leben gut heraus, gute Worte und gleichzeitig Aufentbarungen, wer er sein wird und welchen Stellenwert und welche Bedeutung sein Dienst haben wird. Es gibt auch eine Möglichkeit, der Segen wird auch über Gegenstände ausgesprochen, auch über Menschen. Beides gehört dazu. Nicht nur Menschen, sondern Gegenstände werden auch ab und zu gesegnet. Das lesen wir an dem Beispiel, Jesus segnet die Speise. Matthäus Evangelium Kapitel 14, Vers 19 Nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Also Jesus nahm Brote und Fische in seine Hand, Gegenstände, Lebensmittel in seine Hand, erhob sie von dem Antlitz Gottes des Vaters und dankte Gott für die Vermehrung. Und in dem Moment geschah die Vermehrung, weil er anfing, aktiv das verteilen zu lassen. Das heißt, Segen wird sich multiplizieren, indem Menschen aktiv werden. Segen ist nichts Passives, wo ich sitze, es kommt über mich her, sondern Segen geschieht dann, wenn ich meinen Mund öffne, wenn ich mich auf den Weg mache, so wie Jesus vorgelebt hat und das verbreitet wird. Und dadurch wurden auch Menschen gesättigt, auch gesegnet, kann man damit sagen. Jesus segnet auch die Kinder in Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 16. Und er nahm Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das heißt, wenn wir, wenn damals die Eltern Kinder zu Jesus brauchten, die Jünger wollten sie nicht dabei haben. Aber Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und genauso in unserer Zeit ist wichtig, dass wir die Kinder vom Antlitz Gottes bringen und Gutes über sie sprechen. Für sie beten und sie segnen, so wie Jesus es gemacht hat. Und ich habe einige Kinder und Enkelkinder und ich weiß, wie wohltuend es ist, wenn die Enkelkinder oder Eltern mit Enkelkinder zu uns kommen und sagen, Papa, segne mein Kind. Und dann nehme ich die Babys auf den Arm, ich liebe Kinder, und spreche Gutes über alles, über ihr Leben. Und spreche das, was Gott in sie hineingelegt hat. Und wie wer sie sein werden, wie gut ist das, gesegneter zu sein. Als ich ein kleiner Stäbchen war, ein kleiner Junge, ich wurde geboren in Nordkasachstan. Und meine Mama hat ein Hausgebot, also ich war ein kleiner Klops mit fünf Kilo, wurde zu Hause geboren. Und mein Papa war Baptistenpastor, er segnete mich gerne. Und da kam die Nachbarin und spricht zu meiner Mama oder zum Papa, wer ist da geboren? Sie sagen, ach, ein Junge ist geboren. Ach, sagt sie, wenn es ein Junge ist, dann wird er ein Priester sein. Und mein Papa nahm das so stark ins Herz und sagte, ja, ich segne meinen Sohn, deswegen soll er auch Johannes heißen, so wie ich Johannes heiße. Und im Nachhinein habe ich mich später als Teenager gegen so eine Aussage total gewehrt. Ich sage, nein, ich lasse es nicht zu, dass mich jemand, eine unbekannte Person von der Seite manipuliert. Ich lasse das überhaupt nicht zu. Es ist kein Segen für mich, diese Aussage. Ich will lieber Geschäftsmann sein, was ich auch war. Aber eine Zeit lang. Aber dann merkte ich tief in meinem Herzen, hat das mit Aussage der Frau nicht zu tun, sondern mit der Bestimmung, was der Herr in mein Herz gelegt hat. Und ich sagte, Herr, ich will das ernst nehmen, was du in mein Herz hineingelegt hast und was die Menschen bestätigen. Und ich möchte auch Segen für viele Menschen werden. Ich möchte das Wort Gottes predigen. Und das geschah auch zu Beginn meines Daseins auf dieser Erde. Liebe verehrten Eltern, segnet eure Kinder. Legt die Hände auf. Bringt sie vor dem Herrn. Es ist gut. Sie werden im Leben so viel noch Erfahrungen machen. Sie brauchen gleich zu Beginn ihres Daseins den Segen des Herrn und euer Segen. und segnet euren Leitern und Pastoren. Jesus segnete auch Jünger. In Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 50 Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus, bis sie der Nähe von Britannien kamen. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Er segnete sich. Er sprach Gutes über ihr Leben. Egal, diejenigen, die die Bibel kennen, wissen, dass die Jünger nicht immer gerade Wege gegangen sind. Das war ab und zu wie eine Achterbahn. Hoch und runter, hoch und runter. Und was machte Jesus? Er sprach nicht über ihre Fehler. Er sprach nicht über das, was sie falsch gemacht haben. Er sprach keinen Fluch aus und schimpfte nicht. Sondern er sprach Gutes über sie aus, erhob seine Hände und segnete sie. In der Neuen Testamentlichen Briefen wird Erlösungswerk Jesu als geistlicher Segen beschrieben. Und das ist für uns ganz wichtig. Und mit diesem Segen wendet sich Gott uns Menschen zu. Und Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3 an der Epheser, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für alle Fülle der geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Für mich ist sehr interessant, wie Paulus sie schreibt. Er sagt nicht, wir werden Anteil bekommen, wenn wir uns gut verhalten. Nein, biblischer Segen heißt es, dass wir durch Christus Anteil haben. Und das, was uns gehört, sollen wir auch annehmen. So voller Vertrauen, wie Kinder zum Eltern kommen, so kommen wir zum Herrn, unserem Gott und sagen, das ist mein Anteil. Du hast mich im himmlischen Segen schon reichlich gesegnet. Wie wird auch der Segen in Wikipedia beschrieben? Interessant. Der Begriff Segen ist entlehnt aus latanischem Signum, also Zeichnen, Abzeichnen oder Kennzeichensetzen, also Zeichensetzen. Ab dem späten zweiten Jahrhundert auch Kreuzzeichen wurde gemacht. Ziel des Segen beziehungsweise Segnens, lateinisches Signantum, ist die Förderung von Glück und Gedeihen oder die Zusicherung von Schutz und Bewahrung. Das bedeutet Segen. Der christliche Begriff Segen entspricht mit lateinischem Begriff und Seiz gut über jemanden sprechen. Ada, Signum oder gut über jemanden sprechen. Wir gehen einen Schritt weiter. Schauen wir uns gemeinsam die Bedeutung und Wirkung des Segens in der Bibel an. Die Bibel beginnt mit dem Segen und nicht mit der Sünde und Schuld. Das ist für uns ganz wichtig. Einige sagen, das Wort Gottes, die Bibel, beginnt mit der Schuld. Nein, die Bibel beginnt mit dem Segen des Menschen. Am Anfang der Schöpfunggeschichte erscheint das hebräische Wort Barach, was für Segen steht. Als Gott den Menschen schuf, heißt es in 1. Mose 1, Vers 28, Gott segnete sie. Und im Vers 31 lesen wir, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und war es sehr gut in seinen Augen. Das heißt, die Schöpfung beginnt mit Segen. Alles, was der Schöpfer Gott geschaffen hat, er segnete und sagte, es ist sehr gut. Er sprach gut darüber. Segen war also von Anfang an eine Tat und Gabe Gottes. Außerdem scheint es so, dass der Segen nicht bloß eine Sprache oder Mitteilung ist, sondern etwas, was über das bloße Sprechen des Gesegneten hinausgeht, wesentlich weitergeht. Wir schauen uns als Beispiel bei Abraham. Bei ihm geht es wesentlich hinaus als nur Sprechen, sondern es entstehen hier vier Merkmale, die ich mit euch anschauen möchte. Erstens, Gott spricht mit Abraham, mit ihm dabei zu sein. Er verspricht ihm das. Die schlichte Urform des Segens bei Abraham ist die Zusage Gottes, ich will mit dir sein. 1. Mose 26, Vers 3 Die göttliche Zusage, ich will mit dir sein, bedeutet Geleit, Schutz und anderes mehr. Auch materieller Segen, Wohlstand hat Gott ihm zugesagt. Wenn Menschen Segenswünsche aussprechen, rechnen sie mit dem Handeln Gottes. Und genauso bei Abraham, als Gott zu ihm gesagt hat, rechne damit, dass ich mit dir bin, dass ich dich begleite und mit dir auf dem Weg bin. Deshalb konnte der Segen nicht wieder zurückgenommen werden und in einen Fluch verwandelt werden. Es ist nicht so, heute bist du gesegnet, morgen lebst du im Fluch. So einfach ist es nicht. In 1. Mose 27, Vers 33 ist eine interessante Geschichte, denn Biliam diskutiert mit Balak, später lese ich intensiver die Bibelstelle, aber erstmal hier, der Balak ruft Biliam und sagt, verflucht mir mal, Israelis, sie nerven mich, ich will sie loswerden. Und der Biliam antwortet ihm, ich habe alles gegessen, was du mir gegeben hast und ihn gesegnet. Bevor du kamst, habe ich das gemacht. Ich kann mein Wort nicht mehr zurückmachen. Es ist ausgesprochen, Gott segnet das Volk Israel und Gott segnet seine Kinder. Gott verspricht seine Gemeinschaft, Nähe und Begleitung dem Abraham und auch uns, weil das Wort Gottes auch uns gilt. Er sagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn, sagt Gott in 1. Mose 15, Vers 1 und ergänzt dann 1. Mose 26, 3 Der Segen besteht also zunächst nicht in dieser oder jener Segensgabe, sondern im Medi-Sein. Der Allmächtige Gott sagt, ich will Medi-Sein. An anderer Stelle lesen wir in der Bibel, sagt der Herr, wenn auch eine Frau ein Baby vergessen sollte, ich werde dich niemals vergessen und niemals verlassen. Ich bin Medi überall. Und Isaiah, der Prophet, schreibt Folgendes, der Herr ist mit uns, er geht ins Feuer und ins Wasser. Er geht mit uns in jede Situation und er ist ein Segen und Schutz für jede Situation unseres Lebens. Bei mir ist es so, wenn ich morgens aufstehe, ab und zu denke ich mir Gedanken, na, mal schauen, wie der Tag ablaufen wird, ob er gesegneter oder wenige gesegneter sein wird, dann nehme ich die Bibel und fange an, Psalm 23 zu lesen. Der Herr ist mein Hirte und die Güte und Gnade werden mich begleiten. Und da sitze ich am Steuer im Auto und sage ich, okay, und jemand überholt mich und sagt, naja, die Güte und Gnade wird mich begleiten. Wo ist die Güte? Er sagt, Johannes, beruhige dich. Der Herr ist ein Hirte, er ist mit dir, dir wird nichts mangeln. Lerne Geduld. Das heißt, mein Gott ist auch in jeder Not mit mir. Er ist auch im Auto mit mir, er ist zu Hause mit mir, er verlässt mich nicht, sondern lerne auch Geduld im Auto. Geduld ist nicht meine primäre Gabe, aber wenn ich sage, der Herr ist mit mir, so lerne ich auch von ihm jeden Tag neu. Also Segen mit dir sein, der mächtige Gott sagt das uns zu, dass er mit uns überall dabei ist. Er verlässt uns nicht und steigt nicht aus. Diese Grundbedeutung hält das Segen auch im Neuen Testament, wo am Anfang des Matthäusevangeliums der Jesus, also Immanuel, als Gott mit uns geduldet, wird in Matthäus 1, 23. Und am Ende, die Versicherung steht, er wird bei seinen Jüngern sein, alle Tage bis an der Weltende, Matthäus 28, 20. Dieser Zusage Gottes gilt auch den Kinder Gottes. Nicht nur Abraham, sondern Kinder Gottes. Also erster Segenzusagen zu Abraham war, ich bin mit dir, ich werde immer mit dir sein. Zweite Zusage, Gott macht Abraham zu seinem Verbündeten. Er geht Schritt weiter mit dem Segen. Diese Verheißungen gelten weit über seine persönlichen Leben hinaus. Abrahams Nachkommen sollten einmal so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Gott will sie über ihre Feinde siegen lassen und ihnen das gelobte Land zum Erben geben. Das mit dir sein Gottes schließt ein, dass Gott sich mit dem Gesegneten identifiziert und sagt, ich will segnen, die dich segnen und ich will fluchen, die dich fluchen. Erster Mose 15, Vers 3. Man könnte es so übersetzen, deine Feinde sind künftig meine Feinde und deine Freunde sind meine Freunde. Denn so eng schließt sich Gott mit dem Gesegneten zusammen. Er schließt mit ihm und sagt, du gehörst mir, du bist mein. Es geht also um mehr, als nur um unsere Seite. Und dann sagt, zu stehen, der Herr macht uns zu seinen Verbündeten. Er steht nicht an unserer Seite, er macht sich zu unseren Verbündeten und sagt, ich bin mit dir unterwegs. Und dritte Art, bei Abraham den Segen, Gott will, dass Abraham eine Verpflichtung eingeht. Nicht nur Empfänger sind, sondern sich auch verpflichtet. Gott erwartet von Abraham, sich umgekehrt auch mit ihm und seinem Willen zu identifizieren, dass er das ernst nimmt, was Gott mit ihm bespricht. Der Herr wollte, dass er ihm vertraut und seinen Zusagen Glauben schenkt, auch wenn die Zusagen Gottes etwas auf sich warten lassen und nicht sofort in Erfüllung gehen. Und warten ist wirklich nicht leicht. Ich lebe in moderner Zeit, wenn ich was per Internet bestelle, erwarte ich schon morgen, dass das geliefert wird. Und ganz oft in meinem Leben, wenn ich mit Gott rede und bete, heute gebetet, morgen eine Antwort bekomme. Leider funktioniert das nicht. Der Zeitfaktor, Gott entscheidet, wann geschieht das, damit müssen wir rechnen, dass Gott seine Pläne hat und seine Zeit hat, um Dinge zu erfüllen. Aber das zu warten, bis das kommt, das dauert, das ist nicht leicht, das war bei Abraham und Sarah nicht besser. Sie mussten bekanntlich auf Nachwuchs, was Gott ihnen versprochen hat, dass es vermehrt wird, lange, lange warten. Ihr Glauben und Gehorsam gehen dann später Hand in Hand zusammen. Denn mit den Zusagen Gottes Wirklichkeit werden, mussten sie nicht nur warten, sondern auch handeln. Aber das hat lange gedauert, bis es dazu gekommen ist. Das gilt auch für uns. Wir sollen den Zusagen Gottes an uns Vertrauen schenken und dementsprechend handeln. Aber das ist leicht für Abraham und Sarah. Sie waren schon betagt. Sexualität hat nicht mehr so funktioniert. Und Abraham sagt, ich sollte in meinem Alter noch Kinder zeugen. Und Sarah das Gleiche. Soll ich mit diesem alten Mann noch ein Baby bekommen? Aber schließlich haben sie sich entschieden, dem Herrn zu vertrauen. Und der Herr ist in der Lage, auch im Bereich der Sexualität mit Menschen aktiv zu sein und sie zu begleiten. Er ist der Schöpfer Gott. Er kann vieles verändern. Und viertens, Gott will, dass Abraham ein Segen ist. Nicht nur Empfänger, nicht nur Verbündeter, sondern er soll selber zum Segen werden. Abraham soll nicht bloß Segen empfangen, um ihn für sich zu behalten, sondern soll auch selbst ein Segen sein. Erster Mose 12, Vers 2. Dieser Segen von Abraham ging von ihm aus, ging durch seinen Nachfahren ein bisschen zu Jesus Christus. Durch Jesus Christus finden Menschen den Weg zu Gott und so wird er ihr persönlicher Gott. Dieser Segen strömt aus einer himmlischen Quelle, die nie versiegt, liebe Freunde. Dieser Segen wird nie unterbrochen. Jesus kam, um den Fluch des Gesetzes zu durchbrechen und dem zunächst persönlichen Segen Abrahams zu universalem Segen für alle Völker auf dieser Erde zu machen. So viel dazu zum Segen Gottes, welche Bedeutung der Segen Gottes hat am Leben und welche Auswirkungen Segen hat, auch auf unser, auf dein und mein Leben. Im zweiten Teil werde ich darauf eingehen, auf die Bedeutung und Wirkung des Fluchs und dann auch, wie Gott handelt an uns und durch uns. So wünsche ich dir viel Kraft und Gnade. Wir bleiben im Kontakt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Schaltet wieder ein. Bis bald. Und dann geht's dir Bis bald.